Tom Sawyers Abenteuer gehen weiter mit dem zwölften Kapitel Schreckliche Pläne – Die Flucht von Mark Twain Tom war nun fest entschlossen. Er war finsterer, verzweifelter Gedankenvoll. Er kam sich als verlassener, freudloser Knabe vor, den niemand liebte. Wenn sie erst merkten, zu was ihre Lieblosigkeit ihn getrieben, würde es ihnen vielleicht leid sein. Er hatte versucht, das Rechte zu tun, gut zu sein. Sie ließen es ja nicht zu. Da sie ihn denn durchaus los sein wollten, so sollten sie ihren Willen haben. Natürlich würden sie ihn allein für die Folgen verantwortlich machen. Aber so ist es immer. Hat ein freudloser Verstoßener das Recht zu klagen? Jetzt, da sie ihn zum Äußersten getrieben, wollte er das Leben eines Verbrechers führen. Ihm blieb keine Wahl. Unter solchen Betrachtungen war er weit über die Wiesen geschritten, und die Schulglocke, welche die Säumigen mahnte, klang ihm nur noch schwach ins Ohr. Er schluchzte jetzt beim Gedanken, dass er nie, nie wieder diesen anvertrauten Ton vernehmen solle. Es war hart, so furchtbar hart, aber sie zwangen ihn ja dazu. Da sie ihn vertrieben hatten, hinausgestoßen in die kalte, unbarmherzige Welt, so musste er sich da reingeben, aber er verzieh ihnen, verzieh ihnen allen. Das Schluchzen wurde stärker, erschütternder. In diesem Moment stieß er auf seines Herzens innigsten Freund, Joe Harper. Der finster blickend daher trottete, augenscheinlich einen schrecklichen, schwerwiegenden Entschluss in seiner Seele herumwälzend. Hier waren offenbar zwei Seelen und ein Gedanke. Tom, der sich die Augen mit seinem Ärmel wischte, fing an, etwas Unzusammenhängendes hervorzustottern, von einem Entschluss, sich den Misshandlungen und dem Mangel an Verständnis daheim durch seine Flucht in die weite Welt zu entziehen, nie, niemals wiederzukehren und schloss damit, dass er Joe bat, ihm ein treues Gedenken zu bewahren. Da zeigte sich aber, dass Joe just eben um ganz dasselbe hatte bitten wollen und gerade zu dem Zweck gekommen war, Tom aufzuspüren. Seine Mutter hatte ihn geprügelt, weil er Rahm getrunken haben sollte, von dem er doch rein gar nichts wusste. Es sei klar, sie wolle nichts mehr von ihm wissen und ihn los sein, solchen Empfindungen gegenüber. Was bleibe ihm da anderes übrig, als sich da rein zu ergeben? Möge es ihr Wohl ergehen und sie niemals bereuen, ihren armen Jungen hinausgetrieben zu haben in die kalte, fühllose Welt, um da zu leiden und schließlich zu sterben. Wie nun die zwei trauernden Jünglinge so dahin wandelten, schlossen sie einen Pakt, fest zusammen zu stehen wie Brüder, nicht voneinander zu lassen, bis der Tod sie einst scheide und sie erlöse von ihrem Jammer. Dann begannen sie, Pläne zu schmieden, Joe war dafür, ein Eremit zu werden, von harten Brotkrusten und Wasser in einer finsteren Höhle zu leben und eines Tages aus Not, Kälte und Kummer zu sterben. Nachdem er aber Toms Plan gehört, gab er zu, dass das Leben eines Verbrechers doch einige hervorragende Vorteile böte und willigte ein, als Seeräuber sein Heil zu probieren. Drei Meilen unterhalb St. Petersburg, an einer Stelle, wo der Mississippi etwas mehr als eine Meile breit war, lag eine lange, schmale, bewaldete Insel mit einer seichten Sandbank an der Spitze. Diese Insel war nicht bewohnt, lag weit drüben gegen das andere Ufer zu, das mit einem ausgedehnten, menschenleeren, fast undurchdringlichen Walde bestanden war. Das schien ein Ort wie gemacht für das Unternehmen. Und so wurde denn die Jackson-Insel gewählt, welches die Opfer sein sollten für ihr Seeräubertum. Das kam den Jungen nicht in den Sinn. Vor allem trieben sie nun Huckleberry Finn irgendwo auf, der sich ihn sofort anschloss. Jegliche Laufbahn war ihm recht, er war nicht wählerisch. Nachdem sie alles verabredet hatten, trennten sie sich, um sich an einer einsamen Stelle des Flussufers zwei Meilen oberhalb des Städtchens wiederzutreffen, um Mitternacht, zu ihrer Lieblingsstunde. Dort wussten sie von einem kleinen Holzfloß, das sie sich anzueignen, gedachten. Jeder von ihnen dreien wollte eine Angelroute und Haken mitbringen, dazu solche Essvorräte, deren er sich auf möglichst versteckte und geheimnisvolle Weise bemächtigen konnte, wie es ausgestoßen und geächteten ihrer Art zukam. Bevor noch der Nachmittag verflossen, war es ihnen gelungen, heimlicher Wonne voll, im ganzen Städtchen das Gerücht zu verbreiten, es werde sich in Bälde etwas sehr Merkwürdiges ereignen. Alle, die diesen Wink erhielten, bekamen zugleich die Mahnung, zu schweigen und abzuwarten. Um Mitternacht erschien Tom mit einem gekochten Schinken und noch sonstigen Kleinigkeiten in dem dichten Untergehölz des steilen Uferabhanges, das zum Sammelplatz bestimmt worden. Es war sternenklar und totenstill, der mächtige Strom lag ozeangleich in friedlicher Ruhe da, Tom lauschte einen Moment, kein Laut unterbrach die feierliche Stille. Er ließ ein leises, langgezogenes Pfeifen ertönen, das von unten erwidert wurde. Zweimal noch pfiff Tom, beide Male wurde das Signal in derselben Weise beantwortet. Nun fragte eine leise Stimme. »Wer naht dort?« »Tom Sawyer, der schwarze Rächer der spanischen Meere, nennt eure Namen.« »Huck Finn, die blutige Hand, und Joe Harper, der Schrecken der See.« Tom hatte diese Titel aus seiner Lieblingsliteratur geschöpft. »Gebt das Feld Geschrei!« In dumpfem, grauenvoll durchdringendem Flüsterton, erklang von zwei Stimmen zugleich dasselbe schreckliche Wort in die brütende Nacht hinein. »Blut!« Nun kollerte Tom seinen Schinken über den Abhang und ließ sich selber nachgleiten, wobei er Haut und Kleider empfindlich verletzte. Wohl gab's einen leichten, bequemen Pfad den Abhang hinunter und am Ufer entlang, dem aber fehlten jene unerlässlichen Eigenschaften von Schwierigkeit und Gefahr, die ein Seeräuber vor allen anderen schätzt. Der Schrecken der See hatte eine riesige Speckseite geliefert und sich halb krumm und lahm geschleppt, um sie herbeizubringen. Finn, der Bluthändige, hatte einen Kochkessel gestohlen, dazu eine Portion halbgetrocknete Tabaksblätter und einige Maiskolben, um Pfeifen daraus zu machen. Keiner der Piraten freilich rauchte oder kaute Tabak, als nur er selber. Der schwarze Rächer der spanischen Meere meinte, man könnte nimmermehr das Unternehmen ins Werk setzen, ohne Feuer an Bord zu haben. Der Gedanke war weise, auch schritt man sofort zur Tat. In der Entfernung glimmte ein Feuer auf einem großen Floße, dahin schlichen sie nun und verschafften sich einen Holzbrand. Aus dieser Expedition machten sie sich mit Wonne und umständlicher Wichtigkeit ein gefährliches Abenteuer zurecht. Unterwegs hielten sie fast jede Minute an und sagten »psst« und legten den Finger auf die Lippen. Ihre Hände umfassten eingebildete Schwertgriffe. Leise Befehle wurden geflüstert, dass, wenn der Feind sich rege, er kalt gemacht werden müsse, denn tote Menschen plaudern nichts mehr aus. Die Jungen wussten freilich mit Bestimmtheit, dass die Flößer unten in der Stadt waren, entweder um Vorräte einzukaufen oder um zu zechen. Das war aber für sie kein Grund, sich weniger piratenmäßig bei der Sache zu benehmen. Glücklich zurückgekehrt von dem gefahrvollen Feuerraubzug stießen sie alsbald vom Lande. Tom hatte den Oberbefehl. Huck saß am hinteren Ruder, Joe vorn. Tom stand mitten auf dem Floße. Finsterblickend, mit über der Brust gekreuzten Armen erteilte er seine Befehle in leisem, strengem Flüsterton. »Lufen vor den Wind!« »Geluft, Käpt'n! Steht, Jungen, steht! Steht ist's, Käpt'n! Einen Strich rechts abgehen, ein Strich ist's!« Während die Jungen das Floß unverweilt gegen die Mitte des Stromes zutreiben ließen, verstand es sich von selbst, dass alle diese Befehle nur der Form halber erteilt wurden und weiter gar nichts zu bedeuten hatten. »Welche Segel führt das Boot? Hauptsegel, Topsegel und fliegenden Klüfer, Käpt'n!« »Oberbramsegel auf, ihr dort flinken, halb dutzend an die vorderlangen Segel! Lustig, Jungen, rührt euch! Äh, äh, Käpt'n!« »Marssegel vom Hauptmast schoten und berassen vorwärts, Jungen's! Ey, Käpt'n!« »Ruder nach Lihard an Backbord, Backbord, Backbord!« »Nun, Leute, frisch drauf los!« »Steht, steht! Steht ist's, Käpt'n!« Das Floß begann die Mitte des Stromes zu kreuzen und auf das andere Ufer zuzuhalten. Die Jungen gaben der Spitze desselben die rechte Richtung und zogen dann die Ruder ein. Kaum ein Wort wurde gewechselt während der nächsten halben Stunde. Jetzt trieb das Floß am fernen Städtchen vorbei. Zwei oder drei schimmernde Lichter zeigten, wo dasselbe lag, in süßem, friedlichem Schlummer, jenseits dieser endlosen, ungeheuren, sternbeschienenen Wasserflut. Ohne Ahnung von dem tief eingreifenden Ereignis, das soeben im Begriff war, sich abzuspielen. Der schwarze Rächer stand da mit gekreuzten Armen einen letzten Blick werfend auf den Schauplatz seiner früheren Freuden und späteren Leiden und wünschte sich sehnlichst, sie könnte ihn jetzt sehen, da draußen auf der wilden See der Gefahr dem Tode ins Antlitz schaunt, unverzagten Herzens mit einem grimmigen Lächeln auf den Lippen seinem Untergang entgegengehend. Seine Einbildungskraft war es ein geringes, die Jacksoninsel aus der Gesichtsweite des Städtchens wegzuversetzen, und so sandte er demselben denn seinen letzten Blick, zufriedenen, wenngleich gebrochenen Herzens. Die anderen Piraten sandten desgleichen ihre letzten Blicke und blickten so anhaltend und so lange, dass die Strömung sie beinahe aus dem Bereich der Insel fortgetrieben hätte. Diese Gefahr aber wurde noch bei Zeiten entdeckt und derselben mit Erfolg Einhalt getan. Etwa um zwei Uhr morgens trieb das Floß an der Sandbank auf, ungefähr hundert Meter oberhalb der Spitze der Insel, und die Jungen warteten nun durch das Wasser hin und zurück, bis sie ihre Ladung glücklich gelandet und in Sicherheit gebracht hatten. Zu dem kleinen Floß gehörte auch ein altes Segel, welches sie an einem heimlichen Plätzchen im Gebüsch als Zelt ausspannten, um die Vorräte darunter zu bergen. Sie selbst aber wollten unter freiem Himmel schlafen, in Wind und Wetter, wie es solchen Ausgestoßenen der Menschheit zukam. Sie schichteten Holz zu einem Feuer auf, neben einem dicken, alten, abgestorbenen Baumstamm, der etwa zwanzig bis dreißig Schritte weit in der düsteren Tiefe des Waldes stand, brieten sich Speck zum Abendessen und ließen sich's köstlich munden. Herrlich unbeschreiblich schön war das wilde, freie Leben im jungfräulichen Walde einer unbekannten, unbewohnten Insel, weit ab vom Getriebe der Menschen, und sie schwuren sich, nimmermehr zurückzukehren in die Fesseln der Zivilisation. Das aufglimmende Feuer beleuchtete ihre Gesichter und warf seinen roten Schein auf die säulenartigen Baumstämme dieses grünen Waldtempels, auf das schimmernde Laub und die alles umrankenden, wilden Reben. Als die letzte knusprige Speckschnitte verschwunden, die letzte Brotkrumme ausgezehrt war, streckten sich die Jungen auf dem Moose aus, erfüllt von köstlichem Behagen. Wohl hätten sie ein kühleres Plätzchen finden können, aber sie mochten sich das romantische Gefühl nicht versagen, am leise flackernden Lagerfeuer zu rösten. »Ist das nun nicht lustig?«, fragte Joe. »Famos!«, bestätigte Tom. »Was würden die Jungen sagen, wenn sie uns sehen könnten?« »Sagen? Ey!« »Die ließen sich totschlagen, wenn sie nur hier sein könnten, hä, Hackelchen!« »Was will ich meinen?«, brummte Huckleberry. »Mir wenigstens gefällt's und ich wünsche mir nichts anderes. Für gewöhnlich kriege ich nicht satt, hier kann mich auch keiner rumstoßen und seine Stiefel an mir abputzen. Danke.« »Das ist just ein Leben für mich,« jubelte Tom. »Morgens braucht man nicht aufzustehen, braucht nicht in die Schule, sich nicht zu waschen und all den anderen dummen Firlefants. Siehst du nun, Joe, ein Pirat hat gar nichts zu tun. Solange er am Lande ist, ein Eremit aber, der muss beten, 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 bis er schwarz wird und hat nie ein Vergnügen immer so allein für sich.« »Das ist auch wahr,«, meinte Joe. »Ich habe eben nicht weiter drüber nachgedacht. Jetzt will ich selber viel lieber Seeräuber sein, seit ich's probiert hab. Außerdem, belehrte Tom, gibt man heutzutage nicht mehr so viel auf Eremiten wie früher in alten Zeiten, während ein Pirat überall geachtet ist. Ein Eremit muss auch immer auf dem allerhärtesten Platz schlafen, den er finden kann, muss Asche auf sein Haupt streuen und...« »Asche?« »So war es denn die Asche auf den Kopf,« fragte Huck. »Das weiß ich selber nicht, aber das müssen sie alle Eremiten tun's. Du hättest's auch tun müssen, wenn du einer wärst.« »Die sollen mir kommen,« versetzte Huck. »Was tetzt du denn?« »Weiß ich noch nicht. Aber Asche auf den Kopf sicher nicht.« »Aber Huck, das müsstest du einfach, wie wolltest du da drum rumkommen? Ich würd's eben nicht leiden, ich risse aus.« »Ausreißen? Du wärst ein nettes, altes Gestell von einem Eremiten, weiß Gott, ein wahrer Schandfleck für die anderen.« Der Bluthändige gab keine Antwort, da er Besseres zu tun hatte. Er war soeben damit fertig geworden, einen Maiskolben auszuhöhlen. Nun befestigte er einen Binsenhalm daran, stopfte den Kolben mit Tabak, legte eine glühende Kohle darauf und hüllte sich in eine Wolke lieblich duftenden Dampfes. Man sah ihm ordentlich an, wie er sich im höchsten Stadium wollüstigen Behagens befand. Die anderen Piraten neideten ihm den Besitz solch imponierend lasterhafter Kunst und beschlossen heimlich, dieselbe in kürzester Frist sich anzueignen. Nach einer Weile fragte Huck, »Was haben ein Seeräuber eigentlich zu tun?« Worauf Tom erwiderte, »Oh, die haben Zeitvertreib genug, die kapern Schiffe, und verbrennen sie, nehmen alles Geld weg und vergraben es an ganz schrecklich gruseligen Plätzen auf ihrer Insel, wo es Geister und solche Wesen gibt, die den Schatz bewachen. Dann töten sie jedermann auf den Schiffen, lassen alle über die Planken springen.« »Und die Frauen schleppen sie ans Land?« vervollständigte Joe. »Die töten sie nicht?« »Nein«, stimmte Tom bei, »Frauen töten sie nicht, dazu sind sie zu edel. Die Frauen sind auch immer sehr schön.« »Und was für Kleider sie tragen, ist ne wahre Pracht, alles voll Gold und Silber und Diamanten,« fiel Joe ganz begeistert ein. »Wer?« fragte Huck. »Nun, die Piraten doch.« Huck sah nachdenklich an seiner Gewandung hinunter. »Na, meine Kleider sind dann schwerlich für einen Piraten geschaffen,« bemerkte er mit einer gewissen erhabenen Trauer in der Stimme. »Ich hab aber keine andere nicht.« Seine beiden Kameraden trösteten ihn, die schönen Kleider würden schnell genug kommen, wenn man nur erst auf Abenteuer auszöge. Sie gaben ihm zu verstehen, dass seine ärmlichen Lumpen für den Anfang genügen sollten, obgleich gutgestellte Seeräuber für gewöhnlich in passender Garderobe auszögen. Allmählich erstarb das Geplauder. Müdigkeit begann, die Lieder der kleinen Sträuche schwer zu machen. Die Pfeife entglitt den Fingern des Bluthändigen, und er schlief den tiefen Schlaf des Gerechten und Müden. Der Schrecken der See ebenso auch der schwarze Rächer der spanischen Meere. Sie hatten größere Schwierigkeit im Erlangen des Schlafes. Sie sagten ihre Gebet nur innerlich her, da keine Autorität zugegen war, die sie zum Knien und lauten Aufsagen angehalten hätte. Zuerst hatten sie vorgehabt, gar nicht zu beten. Vor solchem Wagnis aber schreckten sie schließlich doch zurück, aus Furcht, es könne ein ganz besonderer Donnerkeil vom Himmel auf ihre schuldigen Häupter niedersausen. Als sie endlich, endlich ganz nah am Rande des tiefen Abgrundes Schlaf genannt lagen und schon darein zu versinken dachten, da nahte wiederum ein Etwas, ein Störenfried, der sich nicht abweisen lassen wollte. Es war das Gewissen. Es überkam sie eine unbestimmte Ahnung des Unrechts, das sie begangen mit ihrem Davonlaufen. Dann tauchte das gestohlene Fleisch auf und die Tortur begann. Sie versuchten, dem Gewissen vorzuhalten, wie sie oft und oft anlehnen, und an die Speisekammer der Irren gemacht in Äpfeln und anderen Süßigkeiten. Das Gewissen aber gab sich mit solch durchsichtigen Ausflüchten nicht zufrieden. Es bewies ihnen klar und unbestreitbar, wie sich die Tatsache nicht umgehen lasse, dass das Einstecken von Äpfeln, Süßigkeiten und so weiter nur Gripsen sei, während das Wegnehmen von Speckseiten, Schinken und ähnlichen wertvolleren Gegenständen einfacher, gewöhnlicher Diebstahl genannt werden müsse, wogegen es ein treuerndes Gebot in der Bibel gab. Demzufolge beschlossen sie innerlich, dass, solange sie das Piratengeschäft betrieben, ihre Raubzüge nicht wieder mit dem Verbrechen des Diebstahls besudelt werden dürften. Das Gewissen gab sich denn auch damit zufrieden. Schloss einen Waffenstillstand und unsere merkwürdig inkonsequenten Seeräuber versanken in einen friedlichen, ungestörten Schlummer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017